Ich möchte euch heute wieder ein Buch vorstellen und zwar von Sarah Raasch, Schnee wie Asche. Dies ist ein Fantasy-Roman, der im CBT-Verlag erschienen ist und er wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, bevor ich mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken möchte. Das Ganze ist leider nur als Taschenbuch erhältlich, was ich sehr schade finde. Ich hätte es gerne als gebundene Ausgabe gehabt, aber was soll man machen? Es ist der erste Teil einer Reihe, hat 464 Seiten und kostet neu 14,99 Euro. Ja, worum geht es in dem Buch? Es geht um das Königreich Winter, das vor 16 Jahren bei einem Krieg in Schutt und Asche gelegt wurde und die Bewohner oder die Winterianer wurden versklavt, bis auf ein Paar ein kleines Grüppchen, was entkommen konnte. Zu diesem kleinen Grüppchen gehört auch die 16-jährige Mayra, die also damals noch ein Kind war, ein Baby und sich eigentlich an nichts erinnern kann. Und sie lebt seitdem mit einer kleinen Gruppe von Winterianern im Exil und ist ständig auf der Flucht. Ihr einziges Ziel ist einfach, Winter zurück an die Macht zu bringen und dazu muss sie auch Winters Magie wiederherstellen. Sie trainiert dafür täglich mit ihrem besten Freund Mether, der gleichzeitig der Prinz von Winter ist und irgendwann dann die Herrschaft über Winter übernehmen würde. Und das Einzige, was die Magie von Winter wiederherstellen kann, ist ein Medaillon, was aber verloren gegangen ist und nachdem die beiden jetzt suchen. Diese Suche, ja, wird aber sehr gefährlich und nimmt einen ganz unerwarteten Verlauf und die Geschichte entwickelt sich ganz anders als zuerst gedacht. Soviel dazu. Vielleicht kommen wir jetzt mal zum Cover. Ich finde das Cover sehr schön. Es zeigt halt Frühling und Winter, die beiden Königreiche, um die es hier hauptsächlich geht. Dieser Kreis, da bin ich zuerst gar nicht drauf gekommen. Das soll ein Chakram sein. Das ist die Waffe, die Mayra am liebsten benutzt und auch am besten benutzen kann. Und ja, der Boden, wie ihr seht, besteht aus Asche. Ich finde das Cover sehr gut gelungen. Es gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, wie das Cover des zweiten Teils aussehen wird. Kommen wir nun aber zur Geschichte. Also mir hat das Buch insgesamt wirklich sehr gut gefallen. Es ist das Erstlingswerk der Autorin, das merkt man so ein bisschen, aber dazu kommen wir später noch. Die Geschichte ist sehr spannend, sehr abenteuerlich. Es ist halt so, ja, zum Teil eine Reise, zum Teil gibt es eine Schlacht. Es geht um Magie. Es geht aber auch einfach um Freundschaft, um Mut. Es gibt eine kleine, oder es gibt eine Liebesgeschichte, die aber, finde ich, doch sehr zurückhaltend ist und eher so die Nebenhandlung ist. Das finde ich ganz gut, weil häufig hat man das ja in letzter Zeit, dass die Liebesgeschichten in Jungtromanen teilweise viel zu sehr in den Vordergrund gerückt werden. Und dass die eigentliche Geschichte, die eigentliche Sache, um die es geht, dadurch teilweise zu kurz kommt. Zumindest habe ich so manchmal das Gefühl. Und hier ist das einfach nicht so. Das hat mir einfach mal ganz gut gefallen. Der Verlauf der Geschichte hat mich überrascht. Ich weiß von einigen anderen, dass sie meinten, die Geschichte sei sehr vorhersehbar. Natürlich gibt es hier Dinge, die man auch aus anderen Büchern kennt. Ich finde, das lässt sich auch einfach nicht vermeiden, wenn man viel liest und viel aus dem gleichen Genre liest. Viele Jugendbücher liest und so weiter, dann, klar, sind sich dann Sachen ähnlich. Aber ich denke, wenn man nicht beim Lesen die ganze Zeit schon da sitzt und versucht, die Geschichte zu analysieren und sich selbst im Kopf zusammenspinnt, wie es denn weitergehen könnte, dann, ja, dann finde ich das gar nicht so störend. Und letztendlich ist trotzdem jede Geschichte was eigenes. Auch hier gibt es halt ein paar Dinge, die man aus anderen Geschichten kennt. Aber trotzdem hat die Autorin daraus ihr eigenes Ding gemacht. Und von daher hat mir die Geschichte sehr gut gefallen und war für mich doch an einigen Momenten unvorhersehbar. Das Ende ist recht spannend. Es wird halt ein Teil der Geschichte aufgelöst und ein Teil bleibt offen für Band 2, sodass man neugierig ist, wie es weitergeht. Und dann gibt es in diesem Buch noch eine Vorgeschichte der Charaktere, die man nebenbei kennenlernt. Ich will da nicht zu viel verraten, aber auch die fand ich sehr interessant, sehr gut überlegt und sehr spannend. Ja, nun spielt dieses Buch ja in einer ganz anderen Welt, in einer Fantasy-Welt. Und mir hat die Welt von der Gestaltung her sehr gut gefallen. Leider waren die Darstellungen, waren die Beschreibungen der Welt teilweise sehr überladen, sodass man nicht ganz durchgestiegen ist und es teilweise sehr schwer war, zu verstehen, was für eine Welt die Autorin da einem vermitteln will. Und es gab einfach zu viele Infos auf einmal. Daran merkt man so ein bisschen, finde ich, dass es halt das erste Werk der Autorin ist. Und dann halt gerade Fantasy, das ist ja meiner Meinung nach immer ein bisschen schwieriger zu schreiben, als so ein, was weiß ich, so ein normales Young Adult Love Story Ding. Es ist halt ein schwierigeres Genre, wo man ein bisschen mehr beachten muss, wo man viel mehr so sich selbst einfallen lassen kann. Nichtsdestotrotz fand ich die Welt, wie gesagt, sehr interessant. Und ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle aber auch ein bisschen mehr Infos gewünscht. Die Autorin hat den Fokus so darauf gelegt, wie diese Welt aufgeteilt ist und welche Königreiche, wie diese Königreiche zueinander in Beziehung stehen und was sie auszeichnet. Ich hätte aber einfach gern noch mehr über das Leben dort in der Menschen, in diesen Königreichen gewusst und über die Magie und so weiter. Das kam ein bisschen zu kurz. Ich hoffe einfach, dass man da in Teil 2 mehr drüber erfährt. Auch einfach wegen der Art, wie sich die Geschichte in Teil 1 entwickelt hat, lässt mich das einfach hoffen, dass man in Teil 2 einfach noch ein paar Sachen erfährt, die ganz spannend sind. Außerdem ein kleiner Kritikpunkt war für mich noch, dass einige Situationen und Gespräche ein bisschen erzwungen wirkten. Ich hatte das Gefühl, die Autorin möchte unbedingt etwas vermitteln, eine bestimmte Situation herbeiführen und hat dann zwanghaft überlegt, wie macht sie das am besten. Und das merkt man einfach, das hemmt so ein bisschen den Lesefluss für mich. Und ich dachte mir an der einen Stelle wirklich, was soll das Ganze? Das war halt so, dass Mera etwas Bestimmtes finden soll und dazu an einen bestimmten Ort gelangen soll. Und wie sie zu diesem Ort gelangt, das war so eine Situation, wo ich die ganze Zeit beim Lesen dachte, was soll das jetzt? Das ist total übertrieben und total unglaubwürdig und überhaupt nicht authentisch. Und hinterher, als sie dann halt das gefunden hat, was sie finden sollte, habe ich dann verstanden, warum die Autorin es so gemacht hat. Ich hätte noch zwei, drei andere Ideen gehabt, wie man zu dieser Situation dann hätte kommen können. Aber gut, also das war so eine Situation in dem Buch, wo ich dachte, nee, hier stimmt irgendwas nicht, die sich halt nicht so gut lesen ließen und irgendwie da auch gar nicht reinpasste, nicht wirklich zu Marys Charakter passte, meiner Meinung nach, die einfach so ein bisschen überzogen wirkte. War aber wirklich an einer Stelle nur so krass, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. Nichtsdestotrotz gibt es zwischendurch auch so ein paar Gesprächsfetzen, so ein paar Momente, vor allem wenn Mera und Mather miteinander sprechen, die so ein bisschen, ja, nicht authentisch wirken. Aber da kann man drüber hinwegsehen, denke ich. Ein Pluspunkt in diesem Buch sind meiner Meinung nach auf jeden Fall auch diese Kampfszenen, die es dann zwischenzeitlich gibt. Ich hatte viele Bücher schon, wo ich dann einfach irgendwann nicht mehr durchgestiegen bin, wer da mit wem kämpft und wie genau das abläuft und es mir einfach auch bildlich nicht vorstellen konnte. In diesem Buch war das nicht so. Sie sind sehr gut geschrieben, gut verständlich geschrieben und haben bei mir echt das Nervenkribbeln erzeugt. Das fand ich ganz toll mal. Insgesamt schafft das Buch eine Atmosphäre, die einen wirklich in die Geschichte zieht. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und die Handlung passiert in einem angemessenen Tempo. Es gibt keine langatmigen Stellen. Es gibt auch kaum ruhige Momente. Eigentlich wechselt sich ein spannender Moment mit dem anderen ab und erzeugt so eine sehr gute Geschichte. Zumindest ging es mir mit diesem Buch so. Ja, das war eigentlich auch alles, was ich zu diesem Buch sagen möchte. Zu den Charakteren kann man auch sagen, Meryl hat mir sehr gut gefallen als Protagonistin und auch einige Nebencharaktere waren mir recht sympathisch, mit wem ich mich nicht so ganz anfreuen konnte. Das war Mether. Er wirkte auf mich einfach so ein bisschen kindlich und bockig. Und ich weiß gar nicht genau, woher dieser Eindruck kam. Es war einfach so. Vielleicht geht es anderen Lesern da anders. Ich fand ihn auf jeden Fall nicht allzu sympathisch. Insgesamt hat das Buch von mir vier Sterne bekommen, die es sich meiner Meinung nach wirklich verdient hat und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung. Wenn ihr mal wieder Lust habt auf ein Jugendbuch, auf ein Fantasy-Roman, dann guckt euch dieses Buch auf jeden Fall mal näher an und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen und ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Infobox, genauso wie die Verlagsseite. Schaut da mal vorbei. Und ja, für heute war es das an dieser Stelle auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017